Hallo hier Leute und Willkommen zurück zu Kingdom Hearts 3. So, wir befinden uns auf dem Weg zum Herrenhaus und, naja, da gehen wir jetzt mal hin. Ich sehe es, das Gebäude vorhin. Hier gibt es... Hier. Ich hoffe, da gibt es eine glückliche M-Bomb. Ja. Mal sehen. Gefunden. So, ah ja, schönen Sparpunkt, super. Zack. So, was willst du? Ja, wir stehen davor. Schatzküste. Ein Abwehrplus. So viel zu hoffen, dass die Twilight-Town sicher sein würde. Ja, hat ja nicht so ganz funktioniert. So, hier ist doch bestimmt auch noch mal irgendwo so ein Glücksemblem. Nisch? Nee, anscheinend nicht. Schatzküste. Ah. Oh. Was denkst du, Leute? Das Ort ist noch creepier, als ich erinnere mich. Sie sagen, dass diese Mansion ist gegründet. Hey, da! Danke für den Herz! Oh, was? Ich habe dich schraubt? Wir haben die Chance! Wir sind schlecht. Also, wie geht's das? Hast du keine Leads? Hm. Nein. Ich bin nicht sicher. Das Frage nachher war ein totaler Bust. Ja. Das alte Mansion ist unsere letzte Hoffnung. Wenn du bereit bist. Das ist die Gegend. Ein weiterer Twilight-Town awaits. Ja. Ja. Hier geht's. The password was, uh, Sea Salt Ice Cream, right? Okay, I'm in. Let's get that transporter working. Oh man, the transporter's been protected. Protected from what? I guess from us? We can't use it to get to the other Twilight Town. Why not? It worked before. We sent Sora there. Well, that was then. And this is now. And there's no other way? None that I know. Great. Hello, Sora. You wouldn't happen to be in front of a computer. Huh? Well, yeah. But how'd you know that? I was tinkering with Ansem's computer. You know, to decrypt the code that was left in it. And I noticed that someone had logged in from another terminal. I figured it might be you. Oh, yeah. The log terminal. You don't know what he said. Oh, and what? You do? I know. I haven't got a clue. Then, uh, who was it that logged in? Oh, hi there. This is Pence. I'm the one who logged into the computer. Good. As long as it's a user that we know we can trust. Yup. But I'm kind of stuck here. One of the programs is protected, so I can't run it. Which program? The transporter to the other Twilight Town. It's the only way to find Roxas. You gotta help us. Another Twilight Town? And a transporter? Okay. A virtual town inside the computer made of data. A data-scape. Fellas. Uh-huh. We've seen one. That's what we used once to investigate Jiminy's journal. Maybe I can do something. Pence, let's get a network set up. My address here is... Okay. Sharing is enabled. Huh? Were you able to fix it? Now that our two computers have been successfully networked together, I can take control of the terminal there and change the privileges. And Roxas? Yes. For the virtual world to be completely realized, Ansem the Wise would have included Roxas' full data in the construction. Meaning, somewhere on your machine there's a log of that data that... Uh... Basically, we can decipher Ansem's code more quickly. And we can analyze the virtual Twilight Town while we're at it. Okay. Great. I can't computer, so do that. Glad you're following along. Don't worry. We'll handle it. Chip and Dale will be helping me out here on this end. I'll call you back as soon as we know anything more. Thanks. Oh, before I forget. A bit of troubling news. It's about one of the organization's former members. You knew him as Vexen. But to us, he was Ansem's apprentice, Evan. He was re-completed like the rest of us. But hadn't regained consciousness yet. Then, sometime after Lee left, Evan vanished. Alias and Dylan, the two you knew as Lexius and Zaldin. They went out looking for him, but he's just gone. And I'm starting to worry. Oh? You think he's on their side? I think it's a real possibility. He's a devious researcher. You should be careful. Alright. Thanks. Oh no! We got work! I totally forgot! Really? But what about all this? Hey, both are important. We're gonna need some cash to go to the beach. Also, don't forget the pretzels. Gotta buy four now. Hmm? Uh... Oh... I get it. He's thinking ahead. Later, Sora. Yeah! See ya, Hayner! Bye, Donald. Goofy. Goodbye! Oh! Oh! And since I'm manning the computer here, you guys are in charge of earning my share. No pretzel for pets. Hey! Hmm... Oh! Hmm... So, what's next? Want to go back to town? Okay, ich dachte jetzt eigentlich, wir können in das Virtuelle Twilight Town, aber anscheinend noch nicht. Oder vielleicht auch gar nicht. Na gut, mal gucken. Zack! Erstmal das Speichern und dann gehen wir, naja, zurück in die Stadt. So, you think you can bring Roxas back? Ansem! Xemnas! Roxas should never have existed in the first place. What you seek...is impossible. Roxas does exist. His heart's inside my heart. And in the unlikely event you did manage to separate the two, where is it you think you can put his heart? Well... Roxas used to live in the other Twilight Town, right? So, I'm just gonna put him back there. Do you even realize what you are saying? The other Twilight Town is just Data. A heart can live anywhere, even inside Data. There are hearts all around us. Hmm... Ansem and Xemnas used to be part of the same person, right? But look, now they exist separately just fine. If they can do it, then I don't see any reason why you and Roxas can't find a way. Oh! Yeah! You think I'm Captain Goofy? In that case, by all means. Nothing would please us more than Roxas's return, of course. You wish! He'll never answer to you again! Still so blind... A nobody is what's left behind. When one gives his heart to darkness... There is only one way to bring Roxas back... Which is for you to give your heart up as well. Sora... Have you finally decided to call upon the darkness? Oh... What? Go on, then. The shadows are never out of reach. Now... Set your heart free! Wait! Sora! Uh... 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 It's not darkness. Not if it helps him! Here we go! To his 1994... Ha! 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 Ho! Bravoo! Here we go! 神al! Rettel, all right! Oh, yeah! Oh! Oh hi! Und tschüss. Du bleibst hier. So, die werden erledigt. Ich bin es nicht sicher. Ich bin es wichtig, weil ich das Gefühl habe. Ich bin es wichtig. Ich bin es wichtig. Ich bin ich nicht. Ich bin es wichtig. Ich bin es wichtig. Ich bin es wichtig. Und ich bin es wichtig. Herc gesagt. Er hat gesagt, mit meinem Herz. Okay. Okay. Then all my heart it is. I'm getting Roxas out. Are you with me? Donald? Goofy? You gotcha! I don't know what Ansem and Xemnas want, but I think we better tell the others to watch out. Okay then. Let's head back to town. I need to try and catch up with Hano and Olet. Yeah. Total übertrieben. Okay. Ach. Und noch mehr. Und tschüss. Ich sagte und tschüss. Na, na. Du hast einen Knauss. Ja! 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 Duất auf! Ja! 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 Ach, wo die Eure rumstehen. Herzlos, unfassbar. So, demal können wir auch das Schlüsselschwert wechseln. So, fluch. Und noch mehr. So, fluch. Zweite Form. So, wer will noch mal, wer hat noch nicht. Ach, schon alle weg. Das ist beschadet. Gerade wurde es lustig. Zurück! Ich hoffe, es gibt hier ein glückes Emblem. Das haben wir doch schon gefunden. Oh Gott, wir können wieder alles kaputthauen. So. Und kap. Boom. Und wechseln sie schon wieder. So. Und da sind wir auch schon wieder raus aus der Kanalisation. Alter. Immer wieder interessant, das zu sehen. So, was ist hier los? Well, bless my bagpipes. Es war die Leute, die rescued mein Chef. What? Uncle Scrooge. Huh? Huh? Wait. Didn't he sell ice cream in Hollow Bastion? That's right. But Uncle Scrooge here is what you might call a world traveler. Cool. How are you, Uncle Scrooge? Oh, hello, Sora. You're looking hale and hearty. I heard you were on another grand adventure with these two. I hope Donald isn't making a menace of himself. Uh, why did you have to say that? So, Uncle Scrooge, what's that you were saying about a chef? Oh, right, right. The chef of me bistro here wanted to show you his appreciation. So, he baked this for you. Hmm. What is it? Wow! Cake! Huh? The whole cake? It's for us? Huh? I, settle down. The chef wants you to know it's not a cake, but a tart of fruit. He does? Why keep it under my hat? May I introduce Little Chef? Oi! It's you. Uncle Scrooge, you open the bistro and try on time. Aye. It all started a little while ago, when I was enjoying one of the best meals of my life. And when I asked to speak to the chef, I met this wee genius. As it turns out, he wanted to expand his culinary horizons. So, I thought, that's an opportunity, and I financed the whole operation. Oh, I think he wants to cook some more for you. Fetch some ingredients, especially anything unusual. That'll be fun. Kind of like a scavenger hunt. And the more, the better. The mark of a truly great chef is creating masterpieces out of anything. You can start right here in town. We'll do anything to try more of little chef's food. Pfff! That tart short, it looks grumptiously delicious. Okay, the ingredients hunt is on. Das Bistro des kleinen Kochs. Im Bistro des kleinen Kochs zauberst du aus den Zutaten, die du gesammelt hast, köstliche Gerichte. Der Verzehr deiner selbst zubereitenden Gerichte verleiht dir vorübergehende Statusverbesserungen. Welche Gerichte du im Restaurant auswählen kannst, hängt von den Zutaten ab, die du eingesammelt hast. Halte also in jeder Welt, die du besuchst, ausschauen nach den Grundlagen für neue und nahrhafte Rezepte. Schön. Gut, dann, ja, gucken wir nochmal. Go on, Lodge. Du musst dir ein paar Ingrediener abziehen. Ich glaube, wir sind noch kurz. Lass uns weiter suchen. Ein kleiner Chef braucht mehr Ingedienungen. Du musst einen Blick auf den Augen halten. Lass uns sehen, ob es mehr gibt. Ja! So, da haben wir auch noch eine Seh. Ohohohoho! Benutzen. Oh, Abwehr Plus. Ja, bekommt sogar. Nee, sieht nicht so aus. Aber wir haben anscheinend neue Fertigkeiten. Fusionswirbel. Richte zwar mit Goofy verheerenden Schaden bei Gegnern an. Gut, sehr. Autofinale können wir wieder anmachen. Einstellung? Oh! Wir haben Eis bekommen. Das ist jetzt doof. Irgendwas zum Anvisieren. Gut, ich kann Eis für Licht einsetzen. Ich hoffe, wir finden hier ein paar Ingedienungen. Ja, gebt mir euer Geld. Was? Wie kann Eis krein schmecken? Ja! 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 Hey boss, done with the posters Hey, good work kids You guys work for Uncle Scrooge here at the Bistro? Um, do we? He gave us a short job putting up these special posters Mr. McDuck's hosting an open air film festival in the courtyard Cool, huh? Oh, Sora Hold your phone up to the poster Kay There, you've just downloaded a promo game for the film You can try it later You'll get on this, Uncle Scrooge? Of course, laddie Provide a bit of entertainment And then give folks a nice, cozy place to relax Like my Bistro here They'll all be happy and hungry And eager to spend their money Uncle Scrooge Goresh, he sure is cammy I always wondered how he keeps customers Coming into his businesses over and over Oh, yeah I'm no business guy But I sure wouldn't want to be one of Uncle Scrooge's competitors Seriously Whoa Oh, right I need to warn you guys Why? Well, those creepy crawly things might come back for more So stay on your toes Sure But don't we have you guys to take care of them for us? You have to leave again? Mm-hmm It's our time! But we'll definitely be back When you gonna slow down? Sorry Just do me a favor Well, what is it? Don't make it too tough I know how Roxas feels To be lost But Donald and Goofy Kairi Brought me back by wishing with all their hearts So, I was hoping the three of you would do the same And wish for Roxas What? That's it? That's no favor We'll all wish I'm wishing Yeah Me and Pence too Thanks Aren't you making it a little too obvious? We were instructed to guide him Yes Just look at them They wouldn't get far if we did not spell it out Fair enough But let's not forget how many times Sora still managed to rain on our parade If he wavers from the path we lay, we destroy him But in that case, we'll have to find ourselves another vessel That is why we never have just one iron in the fire Im Land der Riesen Ein Spiel des klassischen Königreichs Du kannst es auf deinem Gummifohn spielen Okay Klassisches Königreich Wähle per Gummifohn das klassische Königreich aus, um zum Spielauswahlbildschirm zu gelangen Drücke Dreieck, um die Steuerung für das derzeit ausgeglichen Spiel anzuzeigen Du kannst das Spieljahrzebte mit Options pausieren und beenden Auswählen, um zum Spielauswahlbildschirm zurückzugehen Man weiß nie, wo in den vielen Welten die Suche besucht Neue Spiele darauf warten, von dir entdeckt zu werden Also halte die Augen offen Sternschnuppe Ein Schlüsselschwert mit Fokus auf Magie Wunsch im Dämmerlicht Formänderungen Doppelarmbrust und Magiewerfer Das Schlüsselschwert Sternschnuppe kann sich per Formänderung in die Schusswaffe namens Doppelarmbrust verwandeln Halte R2 gedrückt, während das Schlüsselschwert verwandelt ist, um damit zu zielen und automatisch eine anhaltende Salbe von Schüssen abzugeben Interessant Wähle Küche im Hauptmenü aus, um Menüs zu verspeisen und Statusverbesserungen zu erhalten Um deine gegenwärtigen Boni einzusehen, drücke Dreieck, während das Menü geöffnet ist Okay Gut, wir werden erstmal die Sternschnuppe ausrüsten So Da gibt's noch nichts Neues Da auch nicht So, was haben wir denn hier? Sternschnuppe Sportsfreund Doppelsprung Sparmagie-Kombo Hast gar Kometenschauer Sturzsalve Meine Güte So Bei euch passt auch noch alles Items, haben wir da irgendwas Neues? Hm Spielehilfe Das machen wir noch alles schön weg hier Gut, dann haben wir nur noch hier die Glücksembleme Da haben wir ja ein paar gefunden Aber noch nicht alle Das gucken wir uns gleich an Ansem und Xemnas gibt's noch neu Mogris Und Die Leutchen Schattenschalk haben wir als neuen Gegner gefunden Gut, dann haben wir noch dieses Spiel Und ich würde sagen, das Gucken wir uns dann in der nächsten Folge erst an Dann Ja, war's das erstmal für diese Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge Ciao Leute There's no saving you There's no saving you Boat Tag Ja, war's das Ja, war's das Ja, war's das Das war's das eins Das war's das